so wieder und wir sehen können teilweise auf deutsch also ja den titel werden sie nicht übersetzen aber ich bin gespannt wie gute übersetzung ist das können wir gleich im spiel selber sehen tag baum ist ja lager ausrüsten also auf jeden fall schon mal für diejenigen die wirklich gar kein englisch können eine riesen hilfe denke ich aber wir wollen jetzt ganz mal weiter machen wir hätten gerne sachen die forschungspunkte bringen da hexenkessel auch ein kessel und wasser eisen genau eisenwaderhaken da hat mir letzte folge aufgehört und zwar wollten wir hier eisen abbauen dafür brauchen wir hier auch ein portal so kohle war auch knapp zwischenzeitlich das nehmen wir auch alles mit da ist kohle da ist kohle lohnt sich vielleicht hier einmal durchzubuddeln da soll keiner hin nee der muss bei zeiten auch mal sterben auf diesen komischen teppich da bekommen und das bett das bett sieht nämlich besser aus als unseres und es hat eine roten und webzug was eine decke und decke wo ich glaube dass sogar noch ein bett hinter der schnecke und dem beholder also ja lauter sachen nicht bauen müssen weil ich denke einfach mal wenn wir den auftrag haben irgendwas zu platzieren im tag baum also stelle das und das hier und der platz hier ist das ist dann vollkommen egal ist wo wir es hier haben nägel mit zwei eisen zwei eisen das passt ja so aber auch jetzt noch eisen für die rede und das kriegen jetzt hoffentlich die beiden jungs ok doppelte geschwindigkeit eine wand war leider kein eisen mehr und baut mal das da ab damit ich weiß was da hinten ist silber kohle baut mal das da ab wir haben noch einen lichtzauber worunter fehlt lichtzauber ressourcen nein werkstoffe nein dekozeug nein ausrüstung ja da da wir eisen aber kommen wir nicht so gut ran außer wir gehen hier lang obwohl warte stopp 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 wir kommen da ganz einfach rein ich denke immer noch nicht so ganz wie ein zwerg zwerge können einfach hier in der wand hochklettern aber ich weiß nicht ob sie an der wand auch abbauen können ne können sie nicht ok äh das da abbauen wie kriegen wir das hin also wenn das ganze gang nach links gehen würde müsste es klappen dann könnten wir nämlich einfach hier dorthin schmeißen hier graben dann können wir die kohle abbauen ja aber kohle ist schon mal kein problem mehr das war aber eigentlich nicht der plan ich wollte eigentlich da hin naja ich könnte das ganze spiel jetzt nochmal machen ich mach dann hier ein portal hin mach da zu und buddel dann auch da weiter egal erstmal ganz viel kohle momentan sind wir nicht wirklich unter zeitdruck die nächste welle kommt das in 40 minuten wir wissen jetzt dass wir alle wellen eigentlich wegputzen können wie nix außer die werden wirklich sehr viel stärker was ich irgendwie im zweifel das heißt jetzt müssten wir eigentlich nur noch ein bisschen leder sammeln so jetzt hätten wir gerne da ein portal wir hätten gerne da erde dann hätten wir gerne da ein gang passt sehr gut da ist auch noch heiß ziemlich unzugänglich aber ja wenn wir später irgendwann zugang zu der größeren welt haben die ja kommen soll also am anfang zu spiel gestattet haben wir die auswahl zwischen bild 1 2 und 3 wobei 2 und 3 blockiert waren also ich denke mal wenn wir jetzt hier unten das portal aktivieren kommen wir dann in die mittlere welt und da können wir gleich wesentlich größere minen anlegen wo sowas denn kein problem ist dann machen wir einfach einen riesigen schacht nach unten nun es geht überall nach links und rechts in zwei drei feldern abständen so ein richtig schönes tripmine wie sich das gehört für zwerge so essen 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 was wollten wir noch du hast nichts zu tun das geht schon mal gar nicht hier holzfällen und wasser sammeln und so kampf ach so ja schön kiefer so und oh die da habt ihr ein portal du da will zwerg kontroll übernehmen das war so nicht geplant genau so da kann er nicht na doch und dieses kleine wurfelding da können wir noch töten na komm spring hau äh genau da kommst du auch hin hops so leert hast du nicht springen hops und ich soll vielleicht einfach geschwindigkeit nehmen genau so baut das ab dass das das befreien ja hier unten sieht gut aus mhm auch wenn es ein bisschen umständlich ist hier wenn es nachher zu laufen kommen aber na gut ein richtiger zuger wo man kein portal braucht wäre auch noch schön ja man kann nicht alles haben no spellbuch ja magierbuch ja lager ja wir hätten gerne den hexenkessel denn wir müssen jetzt genug eisen haben also du genau 1 2 3 äh da fehlt ja noch eine sache ne Wasser ja Wasser können wir gleich holen äh und für das Rad haben wir jetzt wieder nicht genug lalala also Wasser sammeln da Wasser sammeln vor der Haustür Wasser sammeln Wasser 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 hmm jo so du hast kein portal raus das findest du bestimmt nicht so schön oh hier ist schön für der eisen sehr gut Wurde aber auch mal Zeit es ist ein bisschen albern dass wir als Zwerge nicht so viel eisen haben eisen ist normalerweise eine ressource in den meisten Spielen wo man recht schnell rankommt die anderen sachen so wie silber gold und so das ist dann eher schwierig aber eh wobei gold haben wir auch nicht so viel wir brauchen es allerdings auch nicht so wirklich häufig sehr sehr na gut also wir haben ganz viel aufgeben verteilt das heißt doppelte Geschwindigkeit genau alle schön mitnehmen müllerbuch magierbuch holzfällerbuch haben wir schon holzfäller nö dann bist du jetzt holzfäller wie schaut es mit ausrüstung aus wir haben nur zwei von sieben mit helmen wir haben nur einen mit einer lederrüstung und einem fehlender Schuhe wie viele leder haben wir leder ich sehe gar kein leder das kann nicht sein da hatte gerade jemand was nach Hause getragen oder ist der noch dabei das nach Hause zu tragen ah da ist er der hat das Leder dabei aber ein Stück wird nicht reichen gut warten die Nacht ab und bringen dann morgen irgendwo viel Schwein um Essen ist genug da das Ding kann weg das hier kann alles abgebaut werden das da auch das da auch oh mit drin ist ja auch noch zwischen sehr schöne Ader du wirst angegriffen von Kiefern ne Zombies stimmt ist ja Nacht und so was zur Hölle macht die ganze hier hinten bittschön ich hoffe ihr benutzt das auch ne tut ihr nicht ah tut ihr doch dauert nur ein bisschen sehr gut genau die Felder mussten auch noch abgebaut werden gerade damit keiner wieder hier hinten hin läuft da wäre ein Wildschwein für später und hier ist kein Brutal mehr schwupp oh Spinnen das können gute Erfahrungsmode geben und apropos Spinnen wir haben auch noch direkt unter uns hier wahrscheinlich ein Spinnennester sollen wir auch bei Zeiten angehen aber erstmal Rüstung und so genau lauf vom Käfer weg und wir haben gerade eine Holzfalle verloren wegen dem Käfer oh man das ist irgendwie schon beinlich genug Eisen zehn Stück ja das reicht für so einen Reifen da Metallrad Craft Menü Craft Menü also bisher kann ich nicht meckern mit der Übersetzung vor allem haben sie auch Sachen im Englischen gelassen wo es Sinn macht also Craft Menü nicht das jetzt hier Herstellungsmenü steht oder so dass wir albern wobei Tag Tree hätten sie auch Tag Tree lassen können und nicht Tag Baum aber das ist noch das ist noch okay würde ich sagen so herstellen jetzt hätten wir gerne einen oh wir brauchen noch einen zweiten Wagen grad also wer einen haben wer einen muss hergestellt werden ja okay müssen wir nur abwarten so Hexenkessel brauchen wir Wasser ganz viel Zeug okay Kohle Kohle Schleim Zombie Gehirn Knochen Bären Busch Nadeln und ein Kessel muss auch hergestellt werden okay das da sollte weg das war ja nur temporär und wir haben uns gleich wieder morgen ja doppelte Geschwindigkeit ist echt schick das will ich nicht mehr missen so das da weg das da weg das da weg alles weg wie viel Kohle haben wir jetzt? 32 okay Kohle können wir uns sparen das abzubauen da ist ein Schatten soll er halt da sein und verteilen wir trotzdem mal ein paar Lampen hier für später hier ist wohl alles gut vom Licht her ja ein Zwerg ertrinkend ne der ist schon wieder hier doof und doofen Zwerge also du machst jetzt hoffentlich du kämpfst mit dem Huhn nein das da unten weg das da auch noch weg dann bist du fertig hier kannst du auch mit dem Portal nach Hause bitteschön Dankeschön so hier kommt auch noch ein Portal hin und Wildschwein töten Ongar Ongar ja Amano 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 alles mitnehmen ach so ach so hier kommt keiner wegen keinem Portal das macht Sinn da wird ein Portal hin da ist hier alles weg nö 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 ah das Rad könnte fertig sein und die Hexenküche passt die noch hier irgendwo hin da ist ja süß ok ah dü 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 Wagen Metallrad Metallrad Bretter Bretter Nägel und dich können wir jetzt ganz bestimmt gleich hier raufsetzen. Auch wenn du nicht sehr weit waren kannst. Blauer Echsenkessel. Oh. Warum guckst du jetzt da ganz oben? Das ist nicht gut. Ich denke, das ist wieder Zeit für den kleinen Cut. Also bis gleich.